Österreich wird von Netzwerken regiert. Über ein SPÖ-Netzwerk wollen wir nächste Woche reden. Aber wenn Sie an Erfolg interessiert sein sollten, ist die SPÖ wohl eh die falsche Adresse. Daher beginnen wir heute mit der größten Partei. Kennen Sie das? Sie träumen von Macht und Geld, aber dann wachen Sie auf und realisieren, ich habe weder eine Ausbildung noch ein abgeschlossenes Studium. Ich kann nichts und interessiere mich auch für nichts außer mich selbst. Dann geht es Ihnen vielleicht so ähnlich wie Sebastian Kurz vor zehn Jahren. Aber wir können Ihnen helfen. Sind Sie bereit, Ihr altes, mühsames Leben hinter sich zu lassen und endlich unkompliziert und schnell aufzusteigen? Dann spitzen Sie die Ohren. Wir reden heute über das Netzwerk von Sebastian Kurz. Sie wissen schon, Networking. Früher hat man dazu noch Freundalwirtschaft gesagt. Aber gut, aus Händefalten, Goschen, Halten wurde auch Message Control. Stellen Sie also bitte jetzt die Rückenlehne Ihres Fernsehsessels gerade und schließen Sie jetzt sofort in Ihrem Browser das YouPont-Tab. Und das zweite YouPont-Tab bitte auch. Weil zum erfolgreichen Networking braucht man eine freie rechte Hand. Und zwar nicht nur in der FPÖ. Zum Händeschütteln natürlich, was haben Sie jetzt gedacht? Gut, laut dem Netzwerkanalytiker Harald Katzmeier sind die entscheidenden Faktoren für den beruflichen Erfolg 70 Prozent das Netzwerk und 30 Prozent das eigene Können. Networking klingt zwar eher harmlos. Informelle Netzwerke, die sich um einzelne Personen bilden, sind für die Öffentlichkeit aber oft unsichtbar. Das wollen wir heute ändern. 70 Prozent sind das Netzwerk, 30 Prozent das Können. Schon arg, oder? Beziehungsweise wie Sebastian Kurz sagt, 70 Prozent plus 30 Prozent ist Bundeskanzler. Durch seine Seilschaften hat Kurz es im Rekordtempo vom Obmann der JVB an die Spitze der Regierung geschafft. Die Partei sieht den Sunnyboy aus Meidling im Waldviertel als großen Heilsbringer. Das hat sich aber in der Vergangenheit immer bei diesen Sunnyboys als Fehler herausgestellt. Ich weiß nur darauf hin, wir hatten das bei Andros schon, wir hatten das bei Haider schon, wir hatten das bei Karl-Heinz Grasser. Wie es ausgegangen ist, wissen wir. Groß geworden ist Kurz in und durch die JVB. Die junge Volkspartei, das sind die Rebellen, die jungen Welten der ÖVP. Der Wahlkampf wird geil werden, weil jeder weiß in der jungen ÖVP, Schwarz macht geile Politik, Schwarz macht geile Partys und Schwarz macht Wien geil. Und daher starten wir die Jugendkampagne Schwarz macht geil. Jung und wild heißt in der ÖVP einmal bis Mitternacht aufbleiben und statt einem Stielen ein prickelndes Mineralwasser trinken. Aber auch nur, wenn Kameras dabei sind. Die JVB war jahrelang so gut wie wurscht. Dank Kurz am Steuer hat sich aber die Macht der JVB in der ÖVP immer weiter ausgedehnt. Nach der Nationalratswahl 2017 waren erst mal sechs JVBler Abgeordnete im Parlament. Seit der heurigen Wahl sind es sogar schon neun. Obmann der JVB ist Stefan Schnöll. Schnöll ist so ein guter Netzwerker, er hat dem ORF sogar dieses drittklassige TV-Konzept aufs Auge gedrückt. Schnöll ermittelt. Mit 35 Jahren scheidet man aus der JVB aus und kann sich im mysteriösen Club 35 vernetzen. Das ist der Alumni-Club der JVB. Am 15. September 2015 feierte der Club 35 seine offizielle Gründung in Wien. Sieht man sich diesen ominösen Club genauer an, findet man darin das engste Netzwerk von Sebastian Kurz versammelt. Der Club 35 quasi die österreichischen Avengers. Aber statt Hulk und Iron Man hat der Club 35 Mitglieder mit ähnlich schlecht erfundenen Namen. Etwa ÖVP-Bundesgeschäftsführer Axel Melchior, rechts im Bild. Oder links Club 35 Präsidentin Bettina Rausch. Ganz wichtig, der Club 35 ist nicht zu verwechseln mit dem Club 27. Den Popstars, die mit 27 abgetreten sind. Die wichtigsten Unterschiede zwischen Club 27 und Club 35. Im Club 27 raucht man Marihuana. Im Club 35 raucht höchstens die Kreditkarte vom Papa. Im Club 27 sind alle tot. Im Club 35 sind alle konservativ. Also nur innerlich tot. Und der Club 35 hat mehr Leute am Gewissen als der Club 27. Wenn Sie sich gefragt haben, warum bei den Sondierungsgesprächen mit den Grünen da immer dieser Praktikant mit am Tisch sitzt. Das ist Stefan Steiner, einer seiner einflussreichsten Jünger, äh Berater. Steiner hat quasi einen All-In-Vertrag, ist für kurz 24 Stunden am Tag erreichbar und hängt an ihm wie eine Klette. Nicht nur, weil er laut Falter einen Beratervertrag über 33.000 Euro pro Monat hat, sondern weil er 2013 kurz einmal unabsichtlich in die Haare gegriffen hat und dabei mit seiner Hand kleben geblieben ist. 33.000 Euro pro Monat oder wie René Benkus Kinder sagen, Papa, warum kriege ich so wenig Taschengeld? Aber wie sein Messias, äh sein Chef, ist auch Stefan Steiner ungewöhnlich schnell aufgestiegen. So fühlt sich die Karriereleiter für Stefan Steiner an. Und so fühlt sich die Karriereleiter für Menschen an, die nicht Teil des Club 35 sind. In einem Zeitinterview hat Steiner über kurz gesagt, bei mir kann er eine zweite Meinung einholen. Ja, da ist ihm ein kleiner logischer Fehler unterlaufen. Wie kann jemand eine zweite Meinung einholen, wenn er selber keine Meinung hat? Eine weitere Figur, die man sich merken sollte, wenn man sich in der ÖVP nach oben networken will, Gerald Fleischmann, sein Spin-Doktor und Mann fürs Grobe. Wenn Sie Journalist sind, haben Sie von Fleischmann schon mindestens eine dreistündige Sprachnachricht bekommen, weil Sie ein Foto von Kurz ausgewählt haben, bei dem die Frisur nicht ganz perfekt sitzt. Die Message kann man vielleicht kontrollen, aber nicht die Frisur. Nicht vorbei kommt man im Netzwerk von Kurz auch an Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, der Teilzeitenergetikerin, und an der menschlichen Selfiestange Elisabeth Köstinger. Durch den rasanten Aufstieg von Sebastian Kurz hat ein altes ÖVP-Netzwerk gelitten, der Kartellverband. Kurz ist kein Mitglied, was eher ungewöhnlich ist. Insgesamt elf von 17 ÖVP-Chefs der Zweiten Republik waren CV-Männer. So auch Kurz' Vorgänger Reinhold Django-Mitterlehner. Der mächtigste CVler im Dunstkreis von Kurz ist derzeit Gernot Blümel. Hier zu sehen, wie er gerade Ovid liest. Ein ungestellter, völlig natürlicher Schnappschuss aus dem Büro. Angeblich hat Ovid damals im Büro auch oft am Balance Board Schriften von Gernot Blümel gelesen. Blümels Verbindungsname Alkuin. Kleine Eselsbrücke, um sich den Namen zu merken. Auf der Bude hat man einen Alkuin, nach der Bude einen Alkurin. Neben dem Kartellverband hat aber auch die Raiffeisenbank unter Kurz in der ÖVP an Einfluss verloren. Und das, obwohl Ex-Reiker-General Christian Konrad vermutlich immer noch alle Mächtigen des Landes einmal im Jahr zum berüchtigten Sauschädelessen trifft. Dieser Spruch ist allerdings Nobelpreis-verdächtig. Peter Handke könnte es nicht besser ausdrücken. Beim Sauschädelessen gibt es einen eigenen strengen Code. Keine Fotos und keine Infos der Gäste dürfen an die Öffentlichkeit dringen. Gegner der Veranstaltung vermuten übrigens, dass am Bild ist dort sicher nicht die einzige gestopfte Sau. Mein nächstes Ziel ist es, mich beim kommenden Sauschädelessen einzuschleusen. Quasi als trojanisches Schwein. Auch Kurz verköstigt sein Netzwerk. Ein Pro von Kurz ist der Immobilienmilliardär René Benko. René Benko oder wie René Benko sagt, ich. Hier sieht man Benko und Kurz beim feuchtfröhlichen Feiern mit einem teuren Roten. Eine Hand wäscht aber nicht nur die andere, sondern füttert sie auch. Beispiel gefällig. Zu Weihnachten 2017 hat der marode Kicker-Liner-Konzern eine Luxusimmobilie auf der Marilferstraße verkaufen müssen. René Benko hat dank Sebastian Kurz für 60 Millionen den Zuschlag bekommen. Der Benko hat dann nur gesagt, der Liner ist meiner. Und hat eine Flasche Sekt geköpft. Erst danach ist dank einer Addendum-Recherche ein zweites, bisher unbekanntes Offert publik geworden. Über 90 Millionen. Hm. Gibt es zwischen 60 Millionen und 90 Millionen Euro einen Unterschied? Hier sehen wir Kurz gerade beim Kopfrechnen. Aber gut, was sind schon 30 Millionen Euro Unterschied? Ich meine, das Blech der Benko, wenn er demnächst einmal die gesamte Krone-Belegschaft zu dem Heurigen einlädt, in dem Michael Jané sein Büro hat. Aber bevor ich Sie jetzt in die Welt des Networkings entlasse, sollen Sie einmal sehen, wie es auf solchen Networking-Events überhaupt zugeht. Also, Schuhe sind heute gekauft vom Miu Miu. Dieses Kleid ist von meiner Mutters Geschäft, eigentlich Jean-Paul Gaultier. Wir haben heute auch extra Stefano Vitullo vom Billionaires Club einfliegen lassen, der uns das Feeling vom Billionaires Club aus Sardinen richtig hierher bringen soll nach Wien. Das Motto ist heute Dress to Impress. Wie seid ihr auf das Motto gekommen? War meine Idee. Sie merken schon, ganz wichtig ist der richtige Dresscode. Und um zu zeigen, ja, ich bin ein echter Networker, gibt es zwei Zaubermittel. Sehr viel Haargel und ein türkiser Pulli. Ich habe hier ein Networker Starter Set. Das Gel schmiere ich mir in die Haare und den türkisen Pulli werfe ich mir locker über die Schultern. Und vorne mache ich einen Knoten rein. Ola. Besorgen auch Sie sich dieses Networker Starter Set. Und wenn Sie dann noch über maximal 30 Prozent Talent verfügen, steht Ihrem Erfolg nichts mehr im Weg. Ich will ein eigenes Netzwerk aus hoffnungslosen jungen Menschen. Sowas wie das Bundesheer, nur ohne Armut. Und ich will ein Netzwerk aus Leuten, denen Inhalte wichtig sind. Also vor allem der Inhalt der eigenen Geldbörse. Daher darf ich euch alle einladen zu unserem großen Event mit Peter Klien gemeinsam in die neue Volkspartei hinein networken. Wir haben dazu extra eine Bar gemietet. Denn jetzt kann uns keiner mehr stoppen. Kommt alle mit und lasst das Networking beginnen. Wir kennen uns doch vom Bullsch und Maroni. Sag ich mal, du hast ja nicht mehr als 30 Prozent Talent, oder? Darf ich dich anfüttern? Was ist denn dein Hobby? Sing oder LinkedIn? Und wenn ich jetzt nicht Bundeskanzler werde, dann weiß ich es auch nicht. Also, gute Nacht, Österreich. Das macht uns auch nicht. Das macht uns giorno zじゃ tampoco. Und was ich diskutiert. Is das auch nicht? Also, videogích. Also, vielleicht. Also, wie willst du gucken, dass du auch nicht Bercht melden. Bis zum nächsten Mal. Des liegt schön. Dump ihr habe. Vielen Dank.